heute davon aus muss so schaden gekriegt habe ich nicht guck dir mal pontius an dieser seestern aber du kannst du hier bestimmt als springboard benutzen oder auch nicht zu viel war noch nicht töten die haben eine kiste wohnung um da oben hinzukommen die karte wird auch nicht vorbeikommen wusstet ihr dass eine krakke drei herzen hat dann wusste man nicht konnte schaß du bist an erfahrung vorbeigesprungen nicht wahr was für die blitze das ist geil jetzt mal nach und man kommt bestimmt noch schwimmen müssen wir meinen in mein kopf nachbauen was ja hier so eine umgebung ist vollkommen ich glaube das schafft man nicht das muss liegen hier ist nichts mehr kommst du noch ja ich habe noch erfahrungen sind noch locker was willst du da danke zaubern das bild hat man schon sie hat also nicht gelogen was das mit der königin angeht man soll man will wenn ich kann da irgendwas mit machen es ist mal was ich hoffe dass nicht wieder so ein so ein assi kommt ah von hinten gehört was hat man gehört was hat man gehört was hat man gehört was hat man gehört dass ich jetzt tot bin oh da war knapp die schwerte verschwinden durch den Boden sehr gerne ne die nach hinten ist hier noch was ne gott siehst du hier sind sie ich hoffe es ist oh 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 ja da kann man bestimmt nicht was zwischenklemmen ja aber ich hätte gerne erstmal einen checkpunkt nein 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 oh ja wenige Böen was soll denn hier so groß sein was soll er erinnerst du dich ja ich erinnere mich oh bitte weggehen kannst du hier irgendwas zwischenklemmen das stimmt ja so und jetzt noch einer richtigen nein mach mal kaputt warte 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 jetzt naja ja das üben wir nochmal kaputt naja geht nicht Hilfe out pack doch mal noch eine Kiste drauf auf die Moment geh mal da weg ja da hin ich bin jetzt egal fast nicht du weißt was ich springe rüber und warte ich auf dich ah stockt jetzt hier los da oben sind ja auch noch dinge ja Kisten bitte Kisten bitte Kisten bitte noch da da kriegt wer Besuch so Moment ja jetzt geht's einigermaßen naja einfach weiter ne ja 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 ich nur die branche kannst du das da weg hebeln gut ist nur die frage wie ich von hier aus schließen soll du musst da weggehen gehen wir ins wasser ja ins wasser kann ich nicht im wasser kann ich nicht jetzt hast du wieder raum oh ne jetzt möchte ich nicht mehr fragt sich nur wie da ist was oh oh das war ein Treffer aha pack nochmal das Ding runter warte mal 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 da war noch Erfahrung pack nochmal das Ding runter ach ach das Ding jetzt hoch ich bin zu gut naja hält sich in Grenzen das war mua icke au das war Absicht von dir ne uuuh vielleicht so oder ein Problem ist meins verdammt verdammt lass es lass es lass es lass es ach so so Ding ist das hm da kann man bestimmt jetzt noch hoch ja bestimmt ja und und wie war's aber nicht sehr weit aber war schön er ist böse zu kämpfen in your face in your face wir sagen wir bleiben hier links du stirbst gar nicht ah nur langsam du stirbst langsam ich würde sagen der stirbt schneller aber ich bin gar nicht so schlecht ich dachte trottel endlich schätze ich werde diese krone behalten wenn es euch nichts ausmacht hurra wir haben wir halten für ihre majestät gesäubert und unser eigenes königreich wird bald wieder sicher sein wir sollen zum haus zurück gehen ich möchte mich zuerst umziehen vielleicht finden wir diesen königlichen Schatz auch Menschen oi ii 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 ich war's nicht Levelaufstieg ne ja hab ich noch mal gesehen aber wir haben nur einen Punkt jetzt können wir noch was für Prunk ist noch mal wir könnten Sturmhammer werfen oder Frostschild Frostschuld sieht lustig aus Ich auch. Jetzt läufst du schon wieder vor euch. Was soll ich denn tun? Ja, auf mich warten. Wie macht man denn Frustschild? Da steht ihr Name drauf. Ja, Rosobels Schwester. Die, die früher das Portal-Medaillon hatte. Ja, wo ist sie denn jetzt? Ah. Liebe Isabel, Glückwunsch zum 18. und dazu, dass du nun Kronprinzessin und Thronerbin bist. Ich habe zur Feier eine Überraschung im Keller vorbereitet. Oh, mir schwandlöses. Kommst du? Ja, jetzt komme ich. Ups. Der Schwein. Oh nö, nicht schon wieder. Du machst hier nur Unfug, ne? Aber du. Und tschüss. Ja, bei mir war gerade eine Videosequenz, bei dir auch. Ja. Kommt schon, folgen wir ihm. Du bist böse. Du bist böse.